4 vorgab so nach oben daher muss er noch ein Mikrofon bei Elgato und jetzt habe ich auf jeden Fall deutlich hier längere Leben wenn er dann auch von den Gegner runter schleudert hier netterweise nein du Arsch gefickter alter ja so ich glaube, das Schwert kann man nicht aufbessern nur die Moves halt wow ja, super das wurden zu viele Gegner ey, das ist so unlogisch, dieses scheiß Messern, Alter oh, Glück gehabt, Alter, in der letzten Sekunde geschossen das wurden leider zu viele Gegner hier, ey fuck deine Mutter ab, Alter, killst du ja den vor mir so, nochmal auf zum zweiten ja, schießt du mich von der Seite da und echt? sowas böses wow neiii oh, das war krass hört auf, wie war die scheiß Bühne, ohne so schwer zu machen ja, man, den Huren so ein kleines Wader mit seinen Kollegen und den Kollegen hab ich dazu auch noch gefickt äh, äh erster 6 so, nochmal diesmal muss es klappen, mensch diesmal Mein Vater und ich. Ich will nach o-o-o-ben. Verzieht euch. Keiner will euch hier oben haben. Ich leb noch und einer lebt noch. Er hat noch einen, ich hab noch zwei avoid. Ich bin erster, er kann mich nicht mehr geholen. 100 Punkte ouais mein Gott. Oh Gott, mit? Nach oben! Boah, sch**e! Ja, nach oben! Ja. Okay. Alles klar. Ich bin fast oben. Ich brauche ihn gar nicht mehr, ne? Ich brauche ihn gar nicht mehr, ne? Zerberus... Rebellion... Äh... Äh... ... Raum des Feiersturmwächters. Das wird bestimmt lustig gegen diese beiden. Ich brauche ihn gar nicht mehr. Ich brauche ihn gar nicht mehr. Es ist seit Jahren, aber wir haben endlich eine Firma. Ich sehe das. Wir müssen uns überleuner unseren Gast. Du hast recht, wir müssen uns überleuner sein. Was solltet ihr? Wie solltet ihr? Wie weiß ich? Wir müssen uns mit etwas machen. Wir müssen uns überleuner sein. Bruder, unser Gast ist... ...Saya. Sia? Was ist Sia? Sia ist, wenn... Enough already! How long are you two gonna keep carrying on like this? In case you didn't get the hint, I'll spell it out. Your guest. Wants to go through. Got it? Our job here Mr. Vaughn is cool. That's right. We can't let you pass. Oh ja, jetzt geht's los. Die super tollen Brüder. Ah, man. Na komm. Ah. Oh ja, sicherlich. Nice, nice. Okay, nice, nice. Yeah, nice. Oh yeah, you got that bad. And there later killed Petalpoik. Ich tue mal eine Pizza rein, in den Ofen. Ja. Das wir da durch, oder was? Klar und hier sind der zweiten. Jaja. Es fühlt sich ganz toll. Egal, mach mir gar nichts. Was? Wie viel der abzieht. Böser Bossgegner. Wow, nice, nice, nice. Nice, Alter. Come on. Was? Hier aufgehen. Oh. Wow. 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 Ah, die Gübrüder gehen schön. Schöne ab. Oha. Ah. Mann. Oh, Alter. BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ You shall take us with you. We could be a great help to you. Okay, but on one condition. What is it? Name it. No, talking. Fair enough. As you wish. No, talking. Good. Haha, so cool. Angni und Rudra kriegen mit gezacktem Schliff, die Feuer- und Wirbelstürm-artige Windstöße ausschleudern können. Erinnert mich aber irgendwie was. Sie können sich nur noch mit zwei des Types ausrüsten. Okay, wir können nur zwei Stück aussuchen. Eigentlich würde ich ja die beiden wählen, ne? Hm, Teufelswaffen. Wie kann ich sie denn auswählen? Naja. Ah, haben wir ja schon geschafft. Das war nice. Ja, das war's nicht so. Ich hab mich noch nie für den Film überlassen. Ich hab' es jetzt noch nicht. Ich hab' es noch nie. Das war's für heute. Was ist das? Ja schon, ich hab mir nur ne coole Szene noch reingecheckt. So, bestehen Sie die Prüfung und bahnen Sie sich einen neuen Weg, Familienbande. So, hallo. Oh, hier ist euer. Was sagst du? Das ist ja mal sehr stylisch gemacht. So, hier ist euer Gigadoo wieder. Ich bin live dabei. Mittendrin, ich bin immer live dabei. Ach, wie war das hier nochmal früher. Ich bin durch die 1 gegangen, dann gehe ich durch die 2 rein. Ja, das war schon mal richtig. Oder? Alter, angry und... Alter, lalalala. Halb, muss ich auf die Pizza, ey. Ich hab mir jetzt die mit Polonaise Pasta reingeschmissen. Ja? Ja. Ja. Nicht durch, ne? Keine Ahnung, hab ich noch nie gegessen, ey. Hau mal. Genau so, diese Turkey, die du gesagt hast, die du überhattest. Die hab ich auch noch in den Frierschrank. Turkey oder irgendwie so. Achso. Mit Giros oder sowas da drauf ist. Oder Hack, ne? Hack, glaube ich. Ja. 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 Ja, die mich auch. So. War doch der Bestrafungsraum. War falsch. Hey, das ist ja fies. Ja. Lalalal. War falsch. Oh man. Alter. Swat Master Level 2. Swat Pierce. Crystal. Okay. Drücke den linken Stick nach vorne und bewege den mit B. Warte, dann hau ich den schwer nach vorne oder irgendwie sowas. Uhhh. Warte. Das ist so geil. Ähm. War richtig. War wieder falsch. Aha man. Das war's für heute. Wie dumm ist der Sniper denn da? Wie dumm, Alter. Die blöden Flatterviecher. Wie schlecht ist der Sniper, Junge? Okay, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. falsch genau gibts mir 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 gib Das war's. so lalala 4 dann nicht die drei sondern die zwei hatte zwei kommen die drei jawohl geschafft das ist schieß das ist schießt das ist schießt das ist schießt 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 Was ist das? Oh, das wäre eigentlich ganz cool, oder was ist das denn? Das sieht auch echt nice aus Hat auf jeden Fall Style, so die zwei Schwerter da Zwei Schwerter Style Atemist, das kennt man ja auch von den anderen Teilen Eine Schusswaffe aus der Dämonenwelt Die Pfeile mit konzentrierten Dämonenenergie feuert Ah ja, auch nicht schlecht Atemist Atemist ist schon zu geil Atemist Und wer ist das denn? Atemist Atemist Die verliert wieder an Vorsprung Sonst war es immer vor, Dante Und jetzt, ich sehe, wir da wieder zurück So Leute, wir sehen uns sonst im nächsten Mission Und ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen Und ich sehe, wir sehen uns dann um hier i am trying to help you and you show your thanks by shooting me whatever she was you please so she's a demon too i'm beginning to think i've got rotten luck with women